Vocation oder Homeoffice aus dem Ausland, immer mehr Menschen und Unternehmen entscheiden sich für neue Arbeitsmodelle. Die Formen des digitalen Arbeitens nehmen dabei stetig zu. Aber auch der Fachkräftemangel lässt Unternehmen ihr Personal mittlerweile auch weltweit rekrutieren. Auf welche Fallstrecke sollten Arbeitgeber beim Arbeiten im Ausland achten? Hallo, mein Name ist Anastasia Susslober und über das Thema Arbeiten im Ausland spreche ich heute mit Maha Steinfeldt. Sie ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Maha, welche typischen Fallkonstellationen gibt es in der Praxis? Es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Fallkonstellationen in der Praxis, die auch unterschiedliche Konsequenzen für den Arbeitgeber nach sich ziehen können. Da ist zum Beispiel die Urlauberin, die am Urlaubsort noch zwei Wochen dranhängen möchte und von dort aus digital für den Arbeitgeber dann eben arbeitet. Oder auch der Fall des Arbeitgebers, der im Ausland einen Mitarbeiter anwirbt und der vom Ausland aus im Homeoffice dann zeitlich unbegrenzt für den Arbeitgeber arbeitet. Oder auch klassische Entsendefälle, wo eben der Arbeitnehmer zum Kunden zum Beispiel im Ausland entsandt wird. Es gibt noch typische Konstellationen von Grenzgängern zum Beispiel oder auch Selbstständige, die im Ausland tätig sind. Und was ist da von der Arbeitgeberseite in diesen Fällen zu beachten? Gibt es da Fallstricke? Der Arbeitgeber hat alle wesentlichen Rechtsbereiche zu beachten. Das sind die arbeitsrechtlichen Regelungen, die sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben, die steuerlichen Vorschriften, ebenso wie Aufenthaltsrecht, Datenschutzrecht. Wenn der Arbeitgeber sich nicht vorher informiert, kundig macht, besteht die Gefahr, dass er Nachteile natürlich hat. Beispiele, wenn ein Arbeitnehmer im Ausland im Homeoffice arbeitet, kann für den Arbeitgeber unbemerkt eine steuerliche Betriebsstätte im Ausland entstehen. Das kann dann eben auch steuerlich nachteilig sein für ihn, wenn er das nicht vorab klärt. Ein anderes Beispiel ist, dass in der EU bei Entsendungen umfangreiche Melde- und Registrierpflichten existieren und auch Mindestarbeitsbedingungen in dem jeweiligen Land einzuhalten sind. Das hört sich nach sehr komplizierten Regelungen an. Gibt es da eine Möglichkeit, den Prozess zu vereinfachen? Ja, das ist ein wahrer Flickenteppich unterschiedlicher Vorgaben, je nach Staat. Und es gibt auch keine einheitliche Lösung für den Arbeitgeber. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, wie zum Beispiel der Employee of Record. Das ist ein dazwischengeschaltetes Dienstleistungsunternehmen im Ausland, das die Arbeitnehmer selbst anstellt und zu einer Vereinfachung für den Arbeitgeber führen soll. Allerdings gibt es da noch ungeklärte Rechtsfragen und man sollte sich vorab beraten lassen dazu. Vielen Dank, Macher, für den spannenden Austausch. Wenn ihr euch weitere Informationen zu aktuellen Themen wünscht, dann folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder schaut auf unsere Webseite vorbei. Vielen Dank, Macher.